ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk was machen wir jetzt wir brauchen sticks hast du gesagt na komm die sticks ich hab ich hab sticks du hast schon sticks ich hab alles wir haben 16 uhr gegen 18 uhr fängt heute der zstream an also jetzt werden die leute denken so wenn das video rauskommt kommt in 18 uhr der zstream aber nein das ist für heute heute also wann wir aufnehmen heute ich muss das zensieren die leute werden das denken ist die stream in letzter zeit ziemlich schön ich muss sagen der zs stream gestern richtig bock gemacht so das war richtig richtig geil einfach die geilste community man am schlimmsten war deathmatch ja wir fahren richtig am schlimmsten war deathmatch wie endlich mich die ganze zeit getötet hat die ganze zeit weiter aus und die drei und jetzt suchst du die in ein crafting menu und machst wurden peter wurden aber auch noch viel mehr viel mehr sticks brauchen wir für wurden support und posten und peter hatte ich gemacht an den und peter ok was mache ich mit dem wundpillar wieso machst du hier was kaputt lass das du das ist voll gut seitdem wir das haben haben wir keine zombie probleme mehr ich haute ich würde das nochmal haus hast aber glück gar ok ok warte 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 nur und dann machen die zwei ich habe mein crafting menu verloren oah ey ist das schlecht was ist gelste passiert was habt ihr gemacht oh man ich hatte fast volle hp du bist auf den stachel der am어 gekommen wer hätte den stacker person aufgeben Ich weiß nicht, wer den dahin gebaut hat. Ich muss das selber. Ich hab wenigstens Homespawn gemacht. Komm mal, hier ist ganz viel. Das ist der Stachelgrad gegen die Zombies. Kannst du mal aufhören? Wie viele Items die hier liegen. Boah, Luke. Oh, guck mal, hier ist auf einmal ganz viel Loot. Hier ist Loot Respawn. Ja, tötet mich allein. Oh Mann, ey. Ich sag noch, ich will nicht mit dem allein. Der Luca ist in die Falle gestolpert. Oh, ich kann nicht mehr. Hier ist kaum neu gespawnt. Ich glaub ich hab diese Insel gefunden, die eine Zuschauer meinte. Hier ist ein Coyote. Hier ist richtig viel neu gespawnt. Besser als der Traveler. Ihr müsst ein bisschen mit Linksklick und Rechtsklick arbeiten. Dann spawnt ganz viel. Ich bin hier gespawnt. Oh, das ist ein kaputtes Auto. Wir können hier nicht weit sein. Hub mal. Ich hab hier ne Waffe gefunden. Ich kann ja mal schießen. Spassi, ey. Du hast den Anti-Zombie-Way kaputt gemacht. Versucht kaputt zu machen. Du hast nen NATO-Tracer. Ja, die sind für meine Waffe. Deine Waffe? Die hole ich mir auch wieder. Hier warte, ich schieß mal. Der Coyote hat viel mehr Plätze als der Traveler. Auch mehr als meiner? Ne, du hast den größten. Könnt ihr mir einen Longbow mitnehmen? Muka, hast du das gehört? Ich hab den größten. Aber klar, der wird so. Harry, du musst stolz sein, dass das ein Mann sagt. Falls der Longbow in der Stadt findet, nehmt den bitte für mich mit. Äh, ich guck mal nach nem Combatbow, weil der ist ein bisschen besser als der Longbow. Ja, mir wär allgemein ein Bow. Einfach nur lieb. Wieso, jetzt hier gibt das ganze Holz hier aufzusammeln. Kevin, ich bin durch. Und du? Ja, ich bin auf dem Weg zum... Warst du neben Tom in der Ecke schon? Luca, aber wir haben jetzt Radioaktivität auf Null. Ja, das ist der beste Loot. Nur, ich war noch nie in der Tür. Will ich nicht looten? Kacke, ich hab jetzt... Wir müssen jetzt auch gleich zum Wies fahren. Könnt ihr das eigentlich lesen, wenn ich schreibe? Ja. Wenn... Desert Helm. Ich? Ich? Du bist ganz in der Nähe. Ich weiß. Ja, ich hab ne... Ich hab noch ne zweite Waffe gefunden. Was für eine denn? Äh... Eine Mapis-Brag. Hallo? Ach, mit Schiff funktioniert das gar nicht. Das ist irgendwie mit ihnen. Ich hab für die Swift gar keine... ...keine Magazine. Obwohl ich Swift-Magazins hab. Swift-Magazins sind glaub ich für... ...ne Pistole oder sowas. Echt? Ist das Swiss oder Swift? Swiss. Ah. Lesen sollte gelernt sein. Swiss, da brauchst du NATO. Da brauchst du auch Military Bullets. Okay. Also Luca, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Boards. Und wir haben... Wunden Pillar. Mhm. Dann haben wir hier alles durchgegangen. Level 1-Skill mehr. Mhm. Okay, okay. Ja. Ich hab auch nicht genug Erfahrung dafür. Ich weiß nicht warum. Ja, ich mein... Ich hab da auch. Man muss irgendwie ein Bug vom Spiel sein. Ich hab das Gefühl, wenn man... ...in die Scheune hochgeht, dann... ...war es das ziemlich schnell. Hm. Nein, 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 nein. Oder? Stopp. Mich einmal, dann nochmal Kevin und mich jetzt nochmal. Soll ich dich abholen? Ich hol dich ab. Ja, ja. Keine Ahnung wo ich bin. Ich bin glaub ich schon da. Jetzt ist zu spät zum Abholen. Jetzt kannst du nichts mehr gut machen. Du siehst mich schon? Aber dann kannst du die Zombies hinter mir töten. Wo bist du denn? Da ich direkt da glaube ich. Was siehst du denn? Ich bin in irgendeiner Stadt angekommen. Da war ein Zombie. Ah, ich bin in dieser Stadt mit dem Hafen. Mit dem Hafen? Mit dem Hafen? Ich komm zu dir. Mit welchem Hafen? Nördlich oder Essling? Mit dem kleinen Hafen. Also den zweiten, den wir gefunden haben, ja? Ja. Okay, ich komm da hin. Bleib lieber bitte weg. Aber Luca, die sind doch Freunde. Nee, nee. Er ist bei mir verkehrt. Kannst du mal gucken, ob du einen Gascan findest? Ich hab einen Energydrink. Eigentlich nicht, aber... Ähm... Ich bin voll. Drück, oder? Hier war lang, ne? Ja. Ich meine nicht, nein. Sicher? Nee. Ja, ziemlich. Hast du ne Map? So, ich fahren. Nein. Okay, ich bin gleich Spieler. Ja, du kannst fahren. Ich hab ne Map, dann passt das. Fahr aber nicht ohne mich los. Wir werden schon grad voll überfahren. Ja. Keine D-Sings, weißt du doch. Machining. Hier ist ne Gascan, okay. Nein, hier ist keine Gascan. Du sagst, hast du mir deinen Auto zerhauen. Nein. Hab ich nicht. Aber wir haben kein Benzin mehr. Warte. Ich kann nicht mehr kräften. Ähm. Wir können doch, wir können doch bei der Farm Benzin. Hallo. Hallo. Was können wir bei der Farm Benzin? Da könnt ihr doch das Benzin auffüllen. Geht das? Ja, bei dem weißen, äh, Container da. Brauch mir dafür aber so ne Jerrycan. Ja, die hab ich, äh, vorhin, ich hab eine bei mir. Okay. Ja, wir kommen hier leider nicht mehr weg. Dressing kann ich nicht mitnehmen. So, nicht. Das Auto ist aus Grape Dozent. Aber warte, hier ist noch ein Auto. Guckt einfach, ob ihr da ne Werkstatt oder sowas habt. Ja, aber die ist vielleicht also. Das mit dem Loot Respawn klappt nicht so wie gedacht eigentlich. Hier liegt nur ne Gascan, was ist denn dein Problem? Liegt da eine? Ja, es respawnt immer nur teilweise. Ja. Ja, ich hab ein besseres Auto gefunden. Das war auch voller. Na ne, ich fahr nicht mehr mit dir. Komm mit. Oder willst du ne Rallye? Wenn du das auffüllst, dann machst du, äh, hier. Destruction der Lied. Piu Piu. Was denn hier gefreut? Räucht nicht, ist zu kurz. Ich hab hier rechts in dem Gasteil drin. Hm. Ich meinte, wenn ich schon am Wasser bin, dann kann ich auch mal mein... ...mein Durst... ...stellen. Okay. Pum, ich mein Survival ist wieder auf 1. Bist du gestorben? Hm. Kann ich mich nicht dran erinnern, deswegen bin ich denn gestorben. Ich dachte, die Zombies wären alle tot gewesen. Hm. Du musst wohl gestolpert sein. Hätte ich wohl nicht gehört, Perry. Ja. Mir dann aber auch nicht sehr leid, so. Wollen wir hier nochmal gucken? Ich bin voll. Ich würd gern nochmal ins Farm, also ins Pharmazeutikgebäude gucken. Können wir eben hinfahren. Komm mal zum Auto. Wir können natürlich auch durch die Stadt laufen. Ich nehm hier noch die Sachen, ähm, mit vom... ...vom Steg. Aber du kannst doch auf den Steg mich abholen, komm. Hier sind noch paar Bausachen. Sind, denke ich, immer ganz wichtig für uns. Jetzt soll ich dich wieder abholen, ne? Da ist nur was. Ist das gerade respawn? Ah, komm mal. Hier ist was respawned, als du gekommen bist. Kannst losfahren. Okay. Drive, baby, drive. 4% macht ein Zombie, wenn er sich schlägt. Also du darfst... Ähm, 25 Schläge absolvieren, bis du stirbst. Lass uns erstmal zu der zweiten Farm fahren, wir kommen da ja eh vorbei. Ich will mich eher ne Gerst mal looten. Ja, das kannst du ja gar nicht. Ist das beim Auto Parry? Ne. Kann ich aber. Wo genau ist denn die Scheune? Der da aus. Da vorne. Aber die Map ist ganz klein eigentlich. Die ist mega, mega klein. Hier geht's. Luca! Ich steig aus. Ey, da waren unsere Scheune, du Depp. Ich steig halt einfach hier aus. Alles klar. Die beiden. Das war die falsche Scheune, du Freunde. Nein, wir können doch hier die Samen looten, du Banane. Hier ist ein Travel Pack für dich, Luca. Ja, das ist das Schöne, meine Leiche ist auch ein Travel Pack. Nein, ich hab die geheilt. Und, äh, ein Dressing hab ich bekommen. Weißt du? Oh, ich hab ein Crossbow. Hübsches Salatdressing, Kevin. Ne, das hilft gegen, äh, Verstrahlung. Ey, der Luca ist ernsthaft einfach weggefahren, nachdem ich ihn abgeholt. Ich hol den Luca ab und er fährt einfach weg. Das war mein eigenes Auto. Dein Auto hab ich verschlagen. Das spuzzles, ey. Haben sich zwei gesucht und gefunden, würde ich sagen. Ja, Mann. Ich schnau mal der Luca so... Luca, Mann. Er hat angefangen. Oh, Perry, soll ich dich mal mit meinem Katana streicheln? Oh, ja. Ich muss mich jetzt erstmal wieder hier sammeln. Ich muss mich erstmal entleben. Ich teste jetzt den Crossbow an Luca. Warum denn liegt denn hier so viel Stuff rum? Komisch, ne? Versteh ich auch nicht. Hast du die Sandpacks irgendwo reingelegt, Perry? Nö. Ich hab die hier ganz links außen reingelegt. Dann können wir die da stapeln. Oh, weiß. Ich brauch noch so eine Kiste, wo wir so ein bisschen Medic-Sachen reinlegen können. Die Kisten sind aber extrem teuer. Müssen wir gucken, ob wir eigentlich die eine Alternative finden. Das Problem ist halt bei den Truhen, die mehr Plätze haben, die können halt immer nur die Spiele öffnen, die die auch erstellt haben. Erstmal Vitamine geschluckt, damit meine Radiation runtergehen, sagst du? Ja, Muka, hast du immer noch so Probleme mit deiner, äh, Radiation? Oder bist du zwischendurch mal gestorben, zufällig? Jetzt leuchtet hier alles blau. Okay. Blau, Luca. Alles blau. Verstehst du? Blau. Spass. Was ist jetzt schon wieder? Die ganzen Felder sind ready to... Oh mein Gott. Ich hab keine Bandage, du Sack. Ich hab eine. Vorne Bandage, schnell. Ich hab noch 22. Luca, du blutest hier. Was ist passiert? Ganzes Maul. Schnell. Leg ihn wieder hin. Los. Ich glaub ich brauch. Wo hab ich die denn? Schneller. Schnell. Warte. Nein. Nein. Neun Prozent. Acht. Boah. Hat der am Blatt weg. Luca, du guckst so verärgert. Was ist denn los? So, ich hab eine bessere Waffe als du. Ich hab nur meinen Hammer. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert, Luca? So ein Pendant, ne? Ich weiß nicht, was passiert. Hau ab von mir. Ich schieß dir gleich ins Bein, ja? Ich möchte doch noch hier die Felder looten. Ich zitter sogar wegen dir. Hau ab von mir. Hast du keinen Painkiller? Ja. Ich hab gar nichts mehr. Du hast mir alles geklaut. No space. Ich dropp mal hier ein paar Samen. Mach am besten alles, Leute. Also jeder bekommt dann die einen Potato und dann komplett nochmal alles verdoppeln. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende Schauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch das letzte DayZ-Video und unten den letzten anderen Part. Haut rein. Tschau. Auf, filma!